Sie haben Angst, dass Ihr künstliches Hüftgelenk auskugeln, also herausspringen könnte, sei es beim Sport, beim Sex oder einfach bei der Gartenarbeit? Dann gebe ich Ihnen hier wichtige Hinweise, wie Sie sich zuverlässig davor schützen können. Viel Spaß beim Zuschauen! Hallo, mein Name ist Jörg Schröder, ich bin leitender Arzt in der Orthopädie in der Klinik am Ring. Ein künstliches Hüftgelenk, die Hüft-Tab, gehört zu den dankbarsten Operationen unseres Fachgebiets. Kaum eine andere Operation hinterlässt so viele glückliche Patienten. Kein Wunder also, dass man diesen erfreulichen Zustand nicht leichtfertig aufs Spiel setzen will. Eine der unerfreulichsten Komplikationen einer neuen Hüfte ist die Luxation, also das Herausspringen der Hüft-Tab. Wie Sie im Laufe dieses Videos sehen werden, ist eine optimal durchgeführte Operation ein äußerst effektiver Schutz gegen eine solche Luxation. Um zu verstehen, was Sie selber beachten können und sollten, hier einige technische Insider-Informationen. Über Stabilität oder Instabilität einer Hüft-Tab entscheiden vor allem vier Faktoren. Die Integrität der Gelenkkapsel, die muskuläre Führung des Gelenks, die Positionierung und Geometrie der Implantate und die Größe des neuen Hüftkopfes. Aber der Reihe nach. Bezüglich der Gelenkkapsel sind zwei unterschiedliche Zeiträume zu beachten. Die ersten drei bis maximal sechs Monate nach der Operation und die Zeit danach. Warum ist das so? Nun, um ein künstliches Hüftgelenk einsetzen zu können, muss man in das Gelenk hineinkommen. Hierbei wird die Hülle um das Gelenk, die sogenannte Gelenkkapsel, eröffnet und dadurch vorübergehend geschwächt. Nach der Operation wächst diese Gelenkkapsel wieder zu und erlangt schlussendlich auch wieder ihre ursprüngliche Stabilität. Diese Abheilung dauert eben circa drei bis sechs Monate. Unter der Voraussetzung, dass ihr Operateur alle folgenden Aspekte optimal für sie erfüllt hat, ist eine Luxation nach dieser Abheilung der Gelenkkapsel eine absolute Rarität. Was kann nun der Operateur für die Stabilität tun? Während der Operation ist es von größter Bedeutung auf dem Weg in das Gelenk, möglichst geringe, idealerweise gar keine Schäden an der Muskulatur zu hinterlassen. Dies ist, neben dem natürlich ebenfalls attraktiven kurzen Hautschnitt, der Hauptpunkt bei der sogenannten minimalinvasiven OP-Methode. Im Gegensatz zur herkömmlichen OP-Methode, bei der man einen Muskel vorübergehend ablöst, um ihn später wieder anzunähen, bleibt der Muskel bei der minimalinvasiven Operation praktisch unversehrt und steht so unmittelbar nach der Operation auch wieder zur Verfügung. Die intakte Muskulatur kann das Gelenk selbstverständlich am besten führen, bewegen und auch stabilisieren. Weiteren Einfluss auf die Stabilität hat die Richtung, aus der das Gelenk eröffnet wird. Hier unterscheidet man an der Hüfte grundsätzlich vordere und hintere Zugänge. Nachuntersuchungen haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Auskugelung der Hüfte nach einem hinteren Zugang etwas höher ist, als nach einer Operation über den vorderen Zugang. Äußerst wichtig für die Stabilität ist die geometrische Positionierung der Prothesenkomponenten. Diese sollten dreidimensional so zueinander eingestellt werden, dass die zu erwartenden Bewegungen des Gelenks ohne Anschlagphänomene und mit einer guten Überdachung möglich sind. Hierbei spielt vor allem die Position der Pfanne eine Rolle, welche ca. 45 Grad aus der senkrechten zur Seite gekippt und etwa 10 Grad nach vorne geöffnet sein sollte. Idealerweise zeigt der Prothesenhals etwa senkrecht in der Neutralposition in die Pfanne. Der erfahrene Operateur kann dies in fast allen Hüftgelenken zuverlässig so einstellen. Anatomisch problematische Situationen sollte er frühzeitig erkennen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Ein letzter Aspekt ist der neue Hüftkopf. Es ist geometrisch klar, dass größere Kopfdurchmesser wegen ihrer tieferen Position in der Pfanne eine höhere Stabilität bieten. Nachteil größerer Köpfe ist allerdings der etwas vermehrte Materialabrieb. Und die Kopfgröße wird durch die Größe der eingesetzten Pfanne limitiert, da eine gewisse Dicke des Polythyleninlays in der Pfanne nicht unterschritten werden darf. Hieraus folgt, dass der kleinste Kopf, der eine zuverlässige Stabilität bietet, die beste Wahl darstellt. Dies ist in der Regel ein Durchmesser von 32 oder maximal 36 Millimetern. Ein sorgfältiger Operateur sollte die Stabilität ihrer Hüfte während der Operation gründlich testen, indem er sämtliche kritischen Bewegungen einmal ausführt. Diese können während der Operation oftmals weiter ausgeführt werden, als Sie es im Alltag jemals nachmachen können. Dadurch entsteht ein hohes Maß an Sicherheit, dass es später nicht zu einer Luxation kommen kann, selbst wenn Sie die entsprechenden Empfehlungen einmal nicht befolgen sollten. Wenn also die Operation optimal durchgeführt wurde, die Muskulatur geschont wurde, die Prothese gut positioniert wurde und die Kapsel abgeheilt ist, dann können Sie Ihre Prothese bewegen, wie Sie es möchten. Sie können ein solches Hüftgelenk dann nicht mehr auskugeln, auch wenn Sie weit in die problematischen Bewegungen hineingehen. Aber bitte fragen Sie Ihren Operateur oder Hüftspezialisten, ob die oben genannten Kriterien erfüllt sind und ob auch er Ihre Hüfte für stabil hält. Dann steht einem unbeschwerten Leben mit Ihrem neuen Hüftgelenk nichts mehr im Wege. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und sonst besuchen Sie uns gerne in der Klinik am Ring in Köln. Ihr Jörg Schröder Ich wünsche Ihnen das Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!